Hallo meine Lieben, es geht direkt los. Wir sind bei Süße Nacht. Wir sind ja jetzt mit Sui verabredet und ich habe Angst, dass ich es bereue. Aber ich habe schon gesagt in der Folge davor, dass ich es bereuen werde. Weil zwischen Süße Nacht und wichtige Informationen in einer Bar und mich gegen Eva entscheiden, klingt jetzt doch irgendwie anders. Auf jeden Fall haben wir eine Trophäe gewonnen und Sui ist schon da. Sui scheint herausgeputzt zu sein. Nein! Hey Rick! Ich gehe einfach auf Distanz. Hallo, guten Abend Sui. Hast du dich für mich so herausgeputzt? Ja, das brauche ich nicht fragen. Ich will ja eh kein... Ich will kein Date mit dir, Mensch. Hallo. Wollen wir? Es ist etwas kühl. Du hast wohl nicht besonders viel an. Äh, ich folge dir. Willst du meine Jacke? Macht Sinn, der Winter ist fast da. Ja, das nehme ich. Ja, ich weiß nicht, warum ich mich so angezogen habe. Sui zieht den Kragen ihres Shirts bis zum Kinn hoch. Ihr beginnt zu laufen. Ich wollte vorhin nicht, dass Eva erfährt, dass wir ausgehen. Danke, dass du nichts gesagt hast. Warum wolltest du nicht, dass sie es erfährt? Ich wollte auch nicht, dass sie es erfährt. Ich dachte, es wäre nicht wichtig, dass sie es weiß. Ja, wir fragen mal, warum sie es nicht wissen wollen. Nun, ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Du solltest nicht hier sein, bei mir. Das ist nicht Teil der Geschichte. Warum hast du mich dann gefragt, ob ich komme, und doch bin ich hier. Ich sehe nicht, wo das Problem liegt. Ja, ich frage mal, warum sie dann gefragt hat. Ich werde es dir später erzählen. Und Eva soll es nicht wissen, weil sie nur auf eine Sache wartet. Sie möchte dich wiedersehen. Und sie vertraut mir. Bleib still. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Aber ich bleib mal still. Ich will sie auch wiedersehen. Du hast nichts zu sagen? Ich ertrage das nicht mehr. Mich immer zu fragen, ob wir die Wahrheit sagen sollen oder nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Ihr beide kommt vor einer Bar an. Oh, der Hintergrund hat sich gewächst. Finde ich gut. Kommst du oft hierher? Ist das die Bar deines Onkels? Ich bin nicht wirklich der Typ für einen Abend in der Bar. Naja, ich mag auch keine Bars. Hm, ich frage mal, ob sie öfters herkommt. Von Zeit zu Zeit, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe. Ich bin sicher, mein Onkel wird überrascht sein, mich mit jemandem zu sehen. Oh, der Hintergrund hat sich wieder ge... Zoe öffnet die Tür und geht hinein. Du gehst hinterher. Da wären wir. Jetzt können wir über das reden, was ich dir sagen wollte. Okay, was ist das? Wolltest du nicht nur ein paar Drinks genießen? Ich schreibe mal, okay. Wird sich hier gar keine Hoffnungen machen. Oh, Zoe. Ein Mann alt herbei, um euch beide zu sehen. Es ist eine Weile her. Ich bin vorbeigekommen, um mit Rick etwas zu trinken. Zoes Onkel dirigiert euch beide und bringt euch zu einem Tisch am Fenster. Nehmt Platz. Ich lasse Jean kommen und eure Bestellung aufnehmen. Setz dich zu Zoe gegenüber, setz dich neben Zoe. Ne, gegen... Oh, das ist schwierig. Also eigentlich mag ich es eher nebeneinander. Aber wenn man gegenüber sitzt, sieht man sich besser. Und nebeneinander könnte sie versuchen, meinen Oberschenk... Gegenüber. Ich weiß nicht, wie taschig sie ist. Du setzt dich Zoe gegenüber. Hier ist es viel besser als draußen. Zoe schaut sich misstrauisch um. Was ist los? Du wolltest mir etwas sagen. Na, ich frag mal, was los ist. Rick, Zoe scheint gestresst zu sein. Habe ich was falsch gemacht? Was ist los? Du siehst doch, was los ist. Hä? Ich frag mal, was los ist. Die Stimmung hier ist gut. Alle haben eine gute Zeit. Aber das, was ich dir jetzt sage, wird dich nicht zum Lachen bringen. Warum... Oh, ich hasse es. Ich weiß nicht, wie es bei euch privat ist oder so. Aber ich hasse diese Rumgeleihe. Die soll einfach sagen, was los ist und dann ist es schick. Lucy. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber sie hat Takashi nie besucht. Ich habe auf Facebook gesehen, dass er gerade in Japan ist. Wirklich? Du musst etwas übersehen haben. Warum sollte Lucy lügen? Ja, warum sollte sie lügen? Ich weiß nicht. Ich werde paranoid. Ich merke es. Du bist nicht paranoid. Ich denke, du musst dich einfach beruhigen. Sie muss ihre Gründe haben. Ich schreib mal, ich merke es. Zoe braucht Verständnis. Höre dir das an. Jemand kommt neben dich. Was kann ich euch beiden bringen? Der Kellner bemerkt Suis Beklemmung. Stimmt etwas nicht, Sui? Alles in Ordnung, John. Ich nehme eine Virtue Mochito, bitte. Dasselbe für mich. Ich will nichts, danke. Und ich möchte jetzt kein Alkohol. Ich will, dass sie jetzt so zum Punkt kommt und dann will ich gehen. Sui hat diese Antwort von dir nicht erwartet. Okay, ich bin in drei Minuten wieder da. Nehmt euch bitte zwei Strohhalme. Er hat mich mit einem Satz unterbrochen. Wenn sogar du merkst, dass ich paranoid bin, dann muss ich mich wirklich paranoid verhalten. Ich habe dich nicht nur hierher eingeladen, weil ich gerne Zeit mit dir verbringe. Der Typ, der versucht hat, mein Telefon zu reparieren, war schockiert. Ach ja, was hat er herausgefunden? Ja, ich frage mal, was er herausgefunden hat. Äh, Sui beginnt leise zu sprechen. Zuerst sagte er nur, ich sei gehackt worden. Er identifizierte sogar den Hacker. Wer ist das? Hm, war es Lucy? War es Lana? War es Marvin? War es Brian? War es Eva? Oder war es Rick? Ich frage mal, wer war es. Ich habe keine Lust, ich würde es aufraten. Ich hoffe, sie weiß es. Sui schaut dir direkt in die Augen. Du warst es. Ich? Oh Gott, jetzt muss ich kurz. Was? Ähm, war es ich? Also hast du mich auf einen Drink eingeladen, um mir das zu sagen? Du öffst dich. Nee, ich nehme mal das Erste. Warte. Als er noch etwas weiter nachgeforscht hat, fand er heraus, dass dein Telefon nicht das Einzige war, das ich in Mainz gehackt hatte. Lucy's, Lana's, Rick's, Marvin's, Sylvie's, Christoph's auch. Ich weiß nicht, wie es dir aufgefallen ist. Und wenn du das getan hättest, hättest du sicher etwas gesagt. Ich wusste, was vor sich ging, aber ich wollte nicht riskieren, es zu erwähnen. Nee, ich sag nichts. Ich glaub, sie ist noch nicht fertig. Sui lehnt sich zu dir. Jetzt ist es wirklich kompliziert. Ich musste all meine Nachrichten löschen. Und jetzt? Dir wird bewusst, dass Suis Onkel auch beim Gläserputzen beobachtet. Oh, sein Onkel hat uns beim Gläserputzen auch beobachtet. Der Kellner unterbricht Sui in Neid. Ein wütter Mochito. Mochito, schon. Ich fühl mich ein bisschen. Danke, Jean. Sui beginnt, wieder leise zu sprechen. Oh, dieses Unterbrechen, ne? Der Techniker fand eine Datei mit Spuren eines Profils namens X92. Das hat mich total erschreckt. Versuche, Sui zu beruhigen. Zeig ihr, dass du zuversichtlich bist. Bleib freundlich und unterstützend. Wir sind zuversichtlich. Keine Sorge, wir werden uns darum kümmern. Sui schaut dich an, während sie an ihren Cocktail nippt. Wenn ich so zuversichtlich wäre wie du, wäre sicher schon alles geregelt und erledigt. Was mich übrigens daran erinnert, das war dieser eine Tag, an dem ich mit Jean herumhing. Wir hatten uns mehrere Monate lang getroffen. Und gerade als ich anfange, Gefühle für ihn zu entwickeln, legte er plötzlich diese ganze mysteriöse Luft an. Er sagte wörtlich, du verstehst das nicht. Du kannst dich nicht in mich verliehen. Ich bin der Typ, Mann, der jeden Tag verschwinden kann. Okay, also der Kellner. Sie hat sich also monatelang mit dem Kellner getroffen, hat denn Gefühle entwickelt. Und wo es denn soweit war, hat er gesagt, er kann sich, also dass sie sich nicht in ihn verliehen kann. Okay. Das klingt irgendwie romantisch, brauchen wir wohl schon mal nicht nehmen. Nun, was hast du zu ihm gesagt? Ja, das wirst du dich gerne. Was sie gesagt hat. Sui hebt die Hand. Sayonara. Sui atmet auf. Okay. Wie auch immer, weg von diesem heiklen Thema. X92. Soweit ich weiß, wusste Lucy von Anfang an von der ganzen Sache. Ich bin sicher, dass es dort irgendwo einen Link gibt. Wir haben noch nicht genug Informationen, um etwas zu behaupten. Richtig. Haben wir auch noch nicht. Also, eindeutig. Lass uns den Trend zerregt Sui Untersuchung am Leben erhalten. Sui steht auf. Okay, ich muss los. Willst du ein Stück mit mir laufen? Nein. Danke für das Angebot, aber ich muss auch nach Hause. Ihr geht beide in Richtung Ausgang. Sui wendet sich wieder ihrem Onkel zu. Danke für die Drinks. Ich komme irgendwann diese Woche wieder. Gute Nacht, Liebling. Verabschiede dich. Sayonara. Sui errötet. Ihr geht beide aus der Bar. Ernsthaft? Sui schlägt sanft auf deinem Arm. Sie geht zögern von der Tür weg. Weißt du, mein Onkel, du schaust durch das Fenster zurück zu ihm. Er ist mit vielen Menschen zusammen, aber ich weiß, dass er sich tief im Inneren allein fühlt. In der Vergangenheit hatte ich nie Selbstvertrauen. Er hat mir einmal etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Liebe dich selbst, denn in den traurigsten Momenten deines Lebens warst du da, als kein anderer da war. Ich weiß nicht, ob die ganze Hacker-Situation und Lucy, die sich so komisch benimmt, das Ende der Geschichte ist. Aber eines weiß ich, ich werde es nicht bereuen. Sie benötigen durchschnittlich 10 Sekunden, um eine Wahl zu treffen. Die Schwierigkeit wird nun zunehmen. Einige Wahlmöglichkeiten werden einer zeitlichen Begrenzung unterliegen. Okay, das heißt quasi, es wird jetzt so schwieriger werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es auf jeden Fall gerade schade, dass ich jetzt auch das Ende nicht gesehen habe. Aber das nächste Mal beim Aufnehmen kann ich es mir davor ja auch einfach nochmal durchlesen. Und ihr könnt ja die Videos von uns ja immer auf Pause machen. Also, dass ihr auch quasi wisst, was es sagt. Also, ihr müsst mir nicht unten schreiben, in den Kommentaren, was da noch stand. Ich gucke mir das jetzt sowieso nochmal an, weil ich muss jetzt auch für die Schule lernen. Und werde dann von daher das nächste Mal eh nochmal reinschauen. Das ist ja das Gute daran. Ich kann ja meine eigenen Videos auch sehen. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Für wen hättet ihr euch denn entschieden? Hättet ihr euch mit Eva auf eine Diskussion eingelassen? Oder werdet ihr auch zu Zoe gegangen, um wichtige Informationen zu erhalten? Das würde mich doch mal interessieren. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich werde mich dann jetzt erstmal bedanken, die da fürs Einschalten. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.